Willkommen zurück zu Spider-Man. Was gibt's denn hier? Wir müssen schnell sein. Spring auf! Was ist passiert? Ein koordinierter Angriff. Muss von außen geplant gewesen sein. Alle Zellenblöcke sind offen. Schon bald wird jeder Gefangene von Rikers D. 5th Avenue hinabspazieren. Was ist mit dem Reft? Sollte okay sein. Die Einrichtung ist extrem sicher und hat ihr eigenes Stromnetz. Gut. Und der Teufelsatem? Sable kümmert sich darum. Vertraust du ihnen? Habe ich eine Wahl? Du warst nicht angeschnallt. Okay, dann geht es jetzt ab hier gegen die Orange is the New Black Fraktion. Ich bin dran. Weiter mal hin! Das sind die TSA-Handed Offiziere. Abregelung stecken. Er oder wir. Auf ihn, Jungs. Alle Kinsassen zurück in die Zellen. Wiederholen. Zurück in die Zellen. Das ist eure letzte Warnung. Ich glaube, euch Typen fehlt der Plan bei eurem Fluchtplan. Verdammt! Sie sind hinter der Wassenkammer. Ist das schlimm? Das war gerade schlimm. Das bedeutet, dass einige der Inseln Raketenwerfer haben. Ja, das ist schlimm. Bin dran. Prost, soll er! Wir holen Prost, soll er! Wer was denn euch unterstehtet von der Insel? Meine Güte. Wenn ihr schönartig zurück in eure Zellen geht, können wir die Sache vergessen. Und zwar, ich will dich ja nicht flüchten. Oh, Mann. Oh, Mann. Warum lässt es die anderen so unterrückt? Ich verstehe es nicht. Oh, Mann. Am besten einfach heilen. Oh, okay. Okay, jetzt also mal rüberschwingen. Und weg da. So, weg mit euch allen hier. Ich müsste eigentlich schon längst weitergehen. Tun wir es einfach mal. Okay. Ich glaube, die müssen alle noch erledigt werden. Mist, das war nicht so schlau. Ist jemand auf diesem Kanal? Hier, Käpt'n Watanabe. Wo sind Sie? Stromversorgung. Dach bei Zellenblock D. Arbeiter an der Stromzufuhr. Sind Sie das im Heli? Positiv. Was war hier los? Keine Ahnung. Zuerst war der Strom weg und dann brach das Chaos aus. Halten Sie durch. Wir kommen so schnell es geht. Okay, nicht so toll. Wo? Aha, da. Das haben wir doch sofort. Nichts leichter als das. Okay. Ah, da ist er ja. Spiderman, kommst du auf das Dach da? Das Oben ist ein Officer, der Hilfe braucht. Bin unterwegs. Hey, hier ist der Officer Hessen. Hey. Da ist jemand hinter dieser Tür. Oh Mist. Aber hey, ich bitte euch. Ich habe jetzt das Ding zuerst in die Hand genommen. Oder ich habe schon dazu angesetzt, das Ganze zu schwingen. Naja, was soll's. Dann wiederholen wir das halt einfach nochmal. Also, rein da. Warum werdet ihr eigentlich nicht getroffen? Ihr schießt euch auf euch selbst. Ihr seid sehr uncool. Keine Ahnung. Ich spüre ja nichts. Aber das habe ich jetzt nach dem Weg getan. Ja, da habt ihr recht. Der Stromkasten ist schon. Scheinbar nicht mehr dort, wo es sein sollte. Scheinbar nicht mehr dort, wo es sein sollte. Die sind fast schon bei mir. Wo? Wo? Ich muss ihm helfen. Ah ne, der ist da drin. Okay. Habe ich erst mal nicht gecheckt. Sie kommen. Wo sind denn alle? Sie verlegen mein Auto. Hilf dem Wärter. Ich versuche den Strom wieder einzuschalten. Gut. Ich sehe nach. Komm raus, da. Darauf habe ich mich getreut. Was ist los? Hast du Angst? Jetzt machst du mir das ist. Okay, das... Hat eigentlich nichts gebracht. Na gut, das ist schon heftig hier. Fast schon ein wenig zu heftig. Das ist schon heftig. Okay. Na warte. Das war blöd. Ja, das ist halt immer so das Problem. Ich habe leider immer noch die Steuerung nicht so ganz wieder im Blut. Und zudem herrscht gerade Reizüberfluss in meinem Hirn. Das ist nicht gut. Deswegen soll ich auch nicht netzplayen. Aber ich versuche es einfach mal weiterzumachen. Ja, sorry. Hast du Angst? Jetzt küsst du mir das ist. Was ist das? Auf ihn. Komm, ich steh auf. Okay, das hat nichts gebracht. Oder es ist doch nicht sonderlich viel. Gut, ich hätte mich eigentlich heilen müssen. Ist das sinnvoller gewesen? Ja, dankeschön. Ja, dankeschön. Hey, wenn ich schwinge, dann sollt ihr nicht völlig von hinten angreifen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich in meinem ersten Durchspielen war. Das ist, glaube ich, auch eine dieser Szenen, die mich total aufgeregt hat. Also nichts Neues. Nur ihr könnt es nicht bestätigen. Gut, ich stehe nach. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hast du Angst? Jetzt weißt du, wie das ist. Ich habe ihn. Aufgepasst! Das ist alles nicht so toll. Meine Güte. Ich muss sie ausschalten. Okay, irgendwie halten wir uns schon am Leben. Okay, der ist besiegt. Das ist gut. Ganz ruhig bleiben. So, Gott sei Dank, ey. Ich glaube es gar nicht. Das haben wir wieder so lange gebraucht für. Sehr schön. So sieht es auch schon viel besser aus. Final Fantasy 7 gibt es auch viele von denen. Die sind besonders bösartig. So, haben wir gut gemacht. Das ist nicht so gut. Ja, die passe ich. Also nicht, warum müssen da so viele Sniper sein? Das ist voll bösartig. Das ist voll bösartig. So, was macht man jetzt? das machen wir auf jeden fall nicht und jetzt auch du kommst schafft man schon irgendwie okay da bist du ja schon so eine schwere geburt ihnen nach ich wollte gerade sagen im nächsten part aber es geht hier anscheinend noch weiter und ich freue mich nicht darüber führerschein und zulassung bitte meine müde das gute alte polizei equipment ich bitte dich spiderman könnte schlimmer aussehen als es ist sehr optimistisch aber ich habe gelernt was schlimm aussieht ist meist noch schlimmer ich glaube jetzt gibt es einen weiteren höhepunkt ich kann mich aber auch täuschen alles okay ja willkommen zur party gerade rechtzeitig zum feuer wir haben wohl bewährung jungs elektro warum lässt er denn alle raus ich gehe ins hauptkontrollzentrum und sehe nach wie dort die lage ist okay ich gehe zur party alle schön brav zurück in die zellen und macht die tür hinter euch zu okay bitte jetzt scheint es weiter zu gehen aber bevor wir weitermachen leute wir wollen nicht übertreiben okay das ist alles ein bisschen spannungsgeladen aber actiongeladen geht es erst weiter im nächsten part bis zum nächsten mal tschau haltet die monsthaft und denkt daran freundschaft ist magie bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal